so willkommen zu einer neuen folge auf meinem kanal rams ist der dicke eine neue folge pokémon go eine kleine info folge ist vielleicht ein bisschen überfällig aber es ist auch ein thema was noch ein bisschen zeit hat das ist erst wichtig beim go fest 2024 kann ich das datum auch gerade gar nicht sagen also ich habe mir das irgendwo in kalender reingeschrieben das ist halt dann irgendwann wo wir das globale go fest ja in gera spielen wollen wenn ihr vor ort bei einem go face dabei sein dann wisst ihr das bestimmt besser weil das ist ja sowieso schon eher vom datum her werden das globale ja dann immer im anschluss gemacht wird für alle jetzt gab es die tage aber irgendwie zwei artikel wo es um das nekrozma geht also rotzma und kotzma nekrozma krozma abendmähne morgenschwingen solgaleo lunala zwei pokémon aus der kosmog ära habt ihr kosmog ich habe kein kosmog ich habe ja den habanero account mittlerweile jetzt dann hier der hat aber keinen kosmog so jetzt kommen die mit was rein und sagen ich kann dann meinen solgaleo lunala fusionieren so habe ich doch gar nicht was mache ich denn jetzt aber es wird euch wieder mal wie immer alles gefühlt hinterher geworfen zwei artikel gab es dazu beide artikel möchte ich in dem video mit euch mal durchgehen denn es ist ein thema das kann trotzdem fragen aufwerfen oder verwirrend sein ich bin dann der erste der verwirrt ist und wir können alle unklarheiten hier unter diesem video dann vielleicht beseitigen so es werde licht beim go fest 24 mit nekrozma abendmähne und nekrozma morgenschwingen sieht auf jeden fall erstmal heftig aus alles schwarz alles brutal alles irgendwie futuristische mein gott was ist jetzt mit der stimme passiert gucken wir mal richtig wir lesen uns schön die sachen durch nekrozma hat mehr als eine form das ist richtig nekrozma abendmähne und morgenschwingen geben beim go fest 24 ebenfalls ihr debüt bei der spezialforschung im stadtgebiet könnt ihr solar fusion energie oder lunar fusion energie sammeln und die auftauchenden ultrapforten untersuchen oder ihr müsst euch entscheiden solar sonne lunar mond bei den live events zum go fest in sendai madrid new york city und so weiter können ticketinhaber erstmals nekrozma mit solcher leo zu nekrozma abendmähne oder mit lunala zu nekrozma morgenschwingen fusionieren habe ich nicht beim go fest global erscheinen nekrozma abendmähne und nekrozma morgenschwingen zum ersten mal weltweit also ihr müsst nicht vorher ihr kriegt es dann ja global sowieso dazu gibt es neue items eben diese energie während des events könnt ihr die neu in go entdeckte lunar und solar fusion energie sammeln trainer mit einem aktiven ticket für das go fest 24 erhalten im zuge der spezialforschung genügend solar fusion energie oder eben lunar energie um nekrozma einmal zu fusionieren habt ihr das weltweite globale go fest ticket wenn nicht ihr kriegt mit dem ticket auf jeden fall energie um einmal sowieso so ein teil zu fusionieren aber ich habe doch immer noch kein kosmog und kein solcher leo und lunala die form hängt vom gewählten fahrt ab also zwei geteilte forschung wollt ihr das oder wollt ihr das das war ja damals schon wenn man die kosmog forschung hatte war man der typ der solcher leo dann entwickeln wollte oder war man der typ der lunala entwickeln wollte ich habe mich glaube ich für für solcher leo entschieden weil das halt ein löwe war und für mich sah der irgendwie besser aus als dieses hässliche ding mit flügeln so später hat man ja sowieso ein zweites kosmog bekommen man konnte dann das andere entwickeln oder sich bei einem anderen account rüber tauschen und dann hat man das dritte kosmog bekommen also erst ist es selten dann hat man es wieder oder mit freunden oder überhaupt lasst euch die chance nicht entgehen abend mähne oder morgen schwingen die grotz mal schon vor dem go fest global zu erhalten ja doch weil ich will ja jetzt nicht hier irgendwo nach madrid ich habe kinder ich darf nicht nach madrid ein aktives ticket für das go fest 24 ist erforderlich um zugang zur spezialforschung zu erhalten für die diese energie bekommt live events wenn ihr aus einem raid kampf siegreich hervorgeht habt ihr die chance nekrozma zu fangen und die gesammelte fusion energie zu verwenden um nekrozma mit solcher leo oder lunala zu fusionieren die fusion wird bei diesen live events in pokémon go eingeführt jedoch nur für ticket inhaber an tag zwei des go fests global können dann alle trainer weltweit fusion energie sammeln das heißt ihr könntet euch ein ticket für madrid kaufen ohne dass ihr in madrid seid können aber über fanrate mit anderen zum beispiel madrid rates machen und kriegt trotzdem energie damit ihr vorab schon entwickeln können obwohl ihr nicht mal da seid und alles über fanrate machen müsst wenn ich das jetzt richtig verstanden habe also in den live events kriegt ihr das braucht aber ticket ansonsten scheißt auf die live events global wo ihr seid ist das dann auch halt später go fest global abendmähne morgenschwingen geben an tag zwei des globalen go festes ihr weltweites debüt nach einem sieg über abendmähne oder morgenschwingen habt ihr die chance nekrozma in der normal form zu fangen es wird also abendmähne rates geben und morgenschwingen rates die fusionierten form tauchen in den rates auf beim globalen go fest eigentlich hieß es nekrozma rates gibt es aber irgendwie gibt es jetzt die nekrozma fusions rates so und so und dann schrumpfen die und ihr könnt das normale nekrozma fangen also das ist wie wenn ihr ein mega raid macht ihr kämpft gegen den mega raid boss aber im fangbildschirm habt ihr das normale und kriegt mega energie dass ihr dann auch eben ein entwickeln können zusätzlich zur begegnung mit nekrozma und den üblichen raid belohnungen erhaltet ihr kosmog bonbons und solar fusions energie von nekrozma abendmähne und luna fusions energie von nekrozma morgenschwingen kosmog bonbons okay brauchst du ja ist ja um die dinge auch hochzuziehen oder mal ein kosmog zu entwickeln spezialforschung am samstag können sich trainer mit ticket einer exklusiven forschung widmen um mehr über das mysteriöse pokémon masjatov in erfahrung zu bringen diesen pokémon zu begegnen was wird der denn jetzt hier es geht um nekrozma am sonntag erwartet euch dann eine kostenlose spezialforschung rund um ultra pforten bei der ihr einem kosmog begegnet also die leute mit ticket kriegen samstag masjatov forschung die kriegen am samstag am sonntag aber eine forschung wo man fahrt hat um einmal energie so zu kriegen dass man nekrozma entwickeln kann man kann aber trotzdem sowieso energie machen und jeder kann raids machen indem man energie bekommt aber ohne ticket auch komplett ohne ticket kriegt man sowieso am sonntag eine forschung für kosmog damit ihr wenn ihr ein kosmog habt lunala oder solga leo entwickeln können damit ihr mit der nekrozma energie dann das funktionieren könnt also der kriegt alles auch so ticket inhaber profitieren von einer erweiterten verzweigten spezialforschung für die begegnungen mit solga leo oder lunala sowie solar oder luna fusion energie als belohnung das heißt ich krieg ein kosmog sowieso kostenlos gratis aber als ticket inhaber verzweigt es sich so dass ich dann noch ein solga leo aus dieser forschung mit dem ticket krieg oder eben ein lunala was ich dann auch mit der vor mit der energie in der forschung dann aber fusionieren kann ja obwohl wenn ich sowieso ein solga leo bekommen dann kann ich ja das kosmog was ich am anfang krieg kostenlos daneben zu lunala machen dann habe ich ja trotzdem lunala und solga leo also mit einem ticket müsstet ihr trotzdem beide jetzt bekommen und alles fusionieren können auch wenn ihr bis jetzt noch gar keinen kosmog oder lunala oder solga leo hattet das ist der eine artikel schon schwierig genug gehen wir mal zum zweiten artikel pokémon fusion nekrozma abendmähne nekrozma morgen schwingen erscheinen pokémon go bestaun die macht der fusion das prisma pokémon nekrozma verändert vor fusion solga leo das sonnenkreis pokémon lunala das mond scheiben pokémon ist erstmals möglich bestimmte pokémon noch mächtigeres pokémon das phänomen beobachtet dokumentiert energie bla so pokémon debüt nochmal nekrozma gibt sein debüt in raid kämpfen ab dem go fest könnte nekrozma zudem mit solga leo lunala fusionieren die können nicht getauscht werden also nekrozma mit abendmähne und nekrozma morgenschwingen die fusionierten weil wenn ihr die fusioniert die bleiben so bis ihr die fusion aufhebt ihr könnt keins fusionieren und dann tauschen das geht nicht ihr könnt es nicht fusionieren und dann verschicken das geht nicht ihr könnt es nicht fusionieren und dann pokémon home übertragen das geht nicht ihr könnt normale nekrozma nehmen damit könnt ihr machen was ihr wollt kosmog auch solga leo lunala auch aber sobald ihr es fusioniert könnt ihr es nicht tauschen nicht verschicken und nicht an home übertragen die pokémon fusion die wird hier auch angezeigt es gibt dann also immer mehr buttons die ihr habt im spiel mit genügend fusion energie kann kotzma mit solga leo zu mähne oder mit lunala zu schwingen fusioniert werden 1000 solar energie 30 nekrozma bonbons und 30 kosmog bonbons oder eben 1000 luna fusion energie 30 nekrozma bonbons und 30 kosmog bonbons dann fusioniert das nekrozma verbleibt in der fusionierten form bis ihr es defusioniert die defusion kostet keine fusionsenergie oder bonbons anders als eine mega entwicklung die ja nur 8 stunden hält und dann wieder weg ist könnt ihr das also zu einer dauerhaften form machen die so bleibt aber wenn ihr doch irgendwann da draußen mal was anderes machen wollt nehmt ihr es zurück und mit der anderen energie macht ihr das andere so ungefähr so steht das hier so sehen die dann also aus super schön solar und luna energie sind sehr seltene kraftquellen trainer können solar und luna energie erstmals im zuge einer verzweigten forschung bei den live events erhalten in zendai madrid und new york oder global können alle trainer solar und luna energie sammeln indem sie nekrozma abendmähne oder morgenschwingen raids machen oder aufgaben der ticketpflichtigen forschung abschließen also im ticket gibt's feldforschungsaufgaben aus denen ihr auch solar und luna energie bekommt ohne das ticket könnt ihr aber trotzdem wenn ihr am gofest raids macht mit nekrozma dort also diese fusions raids macht energie kriegen ihr braucht also wieder mal kein ticket kriegt am globalen fest aber trotzdem diese energie so nochmal artikel zu gofest24 bei den live events dort vor ort erscheint nekrozma in raidkämpfen der stufe 5 beim weltweiten erscheinen nekrozma abendmähne und morgenschwingen in raidkämpfe der stufe 5 das ist also auch ein unterschied wir dachten ja nekrozma kommt in 5er raids bei den drei live events vor ort und eben auch bei uns beim globalen bei uns weltweit überall kommt aber nicht das normale nekrozma sondern es kommen die zwei fusionierten formen wo man wieder gucken muss die einen sagen sie wollen das die anderen sagen sie wollen das aber wenn ihr das besiegt habt schrumpft es ja zum nekrozma normal was die anderen eben direkt erstmal schon raiden können müsst ihr euch zwischen der form entscheiden die ihr raidet um dafür energie zu sammeln fangt aber trotzdem nur das normale trainer ohne aktives ticket für das gofest zendai madrid oder new york können zwar nekrozma raids machen aber keinem schillernden exemplar begegnen so bis zum gofest global denn dann ja wieder doch weil das kommt ja auch noch dazu es kann ja auch shiny sein alles ist man jetzt froh drüber dass ich diese infovideos mache und mir das alles so durchlese und mir einen kopf drüber mache und versuche nochmal zu erklären bestimmt nach der fusion von nekrozma mit solger leo lunala bekommen nekrozma die ortskarte des fusionierten nekrozma dann hat es auch noch exklusive attacken nekrozma abend mene bekommt stahlgestirn also wenn ihr mit solger leo dem löwen ne bekommt es stahlgestirn trainer kämpfe äh trainer kämpfe 135 schaden arena raid kämpfe 230 schaden wenn ihr es mit lunala fusioniert also morgenschwingen bekommt es schatten strahl auch 135 bei trainer kämpfen und 230 bei arena und raid kämpfen das klingt alles sehr komplex sehr wuchtig im endeffekt ist es aber trotzdem gar nicht so viel weil ihr zieht einfach los am gofest am sonntag sagt ihr wir raiden heute wie die sau und sagt ihr da drüben ist hier morgenschwingen da geh mal hin daneben ist das andere das nehmen wir mit da drüben ist wieder das nehmen wir mit dann machen wir das nehmen wir mit und dann sammelt sich das ja eh bei der sinotour war es ja auch so dass ur palkia ur dialga da waren und es hat ja eh jeder alles geradet und so wird es dann auch sein und so sammelt sich automatisch solar energie so sammelt sich automatisch lunar energie ihr habt trotzdem immer wieder im fangbildschirm ein nekrozma was shiny sein kann und mit dieser energie könnt ihr dann eben fusionieren in diese oder diese form die ihr da kennt die dann auch so bleibt gibt es da jetzt irgendwie noch fragen dazu es klingt auf jeden fall alles sehr interessant abenteuerlich neu shiny da fett da alles dran das war es von meiner Seite aus wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis dahin Peace out Vorhaut euer Ramses und jetzt mache ich meine Fall Guys Aufgaben ciao uh oh